Da hoch, da hoch, da hoch! Ja. Hans Damm. Einen Kaffee. Aber jetzt hab ich erstmal ein Paradefahrer. Lass! Ja. Was fahren wir? Ich meine, die Blumenhahn fahren. Wo tust du dein Radio eigentlich hin? Hey, was? Du dein Radio hin. Wo ich das hin tue, das fahr ich durch die Gegend. Und wenn ich Lust hab, schon mach ich Musik damit. Mach doch! Ne, jetzt nicht, ich hab gerade draußen. Jetzt will ich erstmal in die Blumenhalle. Auf dem Rückweg mach ich vielleicht wieder was. Okay? Okay. So machen wir das. Mal kurz durchrödeln. Wiederaufsteller. Mann, Mann, Mann. fucking inquieter. Mann, Mann! Mann, Mann und Mann! Mann, 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 Mann. So, genau, stell dich mal genau dahin, mal sehen, ob der jemand anhält oder nicht. Ja, ja, ich wurde ja gefragt, ob es hier Hosen gibt. Das ist ja wie ein junger Traum, aber das denkt halt, ja. Ja, ja, ich bin ja zufrieden. Wart ihr schon in der Blumenhalle? Ja. Heißt da drin oder geht's? Geht heute. Geht heute, bei ihm heim. Mal gucken. Geht heute, bei ihm heim. Geht heute, bei ihm heim. Geht heute. Geht heute, bei ihm heim. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020